hallo ihr lieben es ist heute wirklich mittwoch und heute haben wir endlich mal wieder ein herzenslustreffen außer der reihe aber bald geht es ja auch wieder offiziell los genau im moment dürfen nur angemeldete leute bei uns vorbeischauen deshalb sehen wir gleich so 3-4 leute je nachdem ob sie sich filmen lassen und wir freuen uns auf jeden fall auf die jungs ich hoffe es kommen einige und ja mehr seht ihr gleich da ist der fabi hallo fabian wie geht es dir ja gut wie hast du hört auf zu lachen das ist eine ernste angelegenheit wie geht es dir denn so wie hast du die zeit überstanden ohne uns habe ich halt schon sehr vermisst ja wir haben euch eigentlich auch alle vermisst und sind froh dass wir heute abend mal so ein probelauf machen können und du hast ja wirklich richtig gut abgespeckt mal ein bisschen weiter weg hier guckt euch mal den fabian an ich bin adone er hat eine richtig geile figur gekriegt also ich muss echt sagen jung und alt beträgt sich gut genau die blare ja wie geht es dir mir geht gut und wie hast du die zeit ohne uns überstanden mit eine menge tränen aber ich habe sie irgendwie überstanden hauen alle ab hier die trauen sich irgendwie alle gerne hinten stehen wieder zwei und hallo komm her na wie geht es dir ganz gut danke wie ist es wieder hier zu sein schön freue mich war lange zeit ohne euch das war's gruppen abend nach corona oder während corona jetzt aber zum ende hin endlich mal wieder die jungs gesehen die mädels wir haben natürlich auch weiterhin unsere aktion für euch zum beispiel das community telefon ruft uwe an morgen von 18 bis 20 uhr mit mit mir ja außerdem haben wir wieder neu für euch haben wir jetzt neu für euch beratung und test in der aids hilfe jeden ersten dienstag im monat von 16 bis 20 uhr und jeden zweiten und vierten mittwoche im monat von 18 bis 20 uhr und das kostenlos meldet euch an kostenlos auf hiv-test.herzbrüchen-lifties.de den link findet ihr überall wenn ihr bei uns auf facebook instagram oder wo auch immer folgt ich hoffe wir sehen uns beim test mit deinen haaren die schimmeln so grau ich habe mich grau gefärbt hat pragas grau ciao 2 die im die 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 die